Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play! Digimon Battle Spirit! Yo! Diesmal mit Black Argomon! Hier steht ja nur Argomon, aber es ist halt wirklich nur ein schwarzes Argomon irgendwie. Okay, es ist halt wenigstens ein anderes Moveset, jedenfalls eben. Äh, ein bisschen. Ja, zu Black Argomon. Und Black Argomon ist halt das Rookie-Level von Black Wargreymon. Black Wargreymon kam halt, ähm, Dings vor in Digimon Adventure 2. Oh, oh. Nein. In your face. Ja, kam halt in Digimon Adventure 2 vor. War halt aus einem schwarzen Türmen geschaffen, ist ein Mega-Level-Digimon. Aus 100 schwarzen Türmen, um genau zu sein. Ja. Und es hat sich die ganze Zeit gefragt, ja, was es denn für ein Dasein hat. Oder ob es überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. Oder wo der Sinn in seinem Leben liegt. Ja. Oh ja, und den Sinn kann er es nur selber finden. Ja. Bam. Black Wargreymon, hier habt ihr es. Schwarze Planetenkraft. Schwarze Planetenkraft. Das ist ein sehr geiles Digimon. Deswegen haben wir auch ein Black Omnimon in Digimon. Ops. Jawohl. Na, 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 na. Äh, ja, gut. So, und jetzt. Unendlich langes Dingsen. Kommen wir runter. Ja, Bam. Nein, nein. BAM. BABEDA BEDA BADABADA BADABADA Wie schaltet man Impmon frei? Ich muss wohl mit Impmon spielen. Aber ich hab Impmon noch nicht. Ich schlage dir ins Gesicht. Tu, Terriamon, lass mein Ding in Ruhe. Und zau ich dich weg. Komm vorbei. 22 zu 0. Wieso feiert das genauso wie Argumon? Die haben echt nur das Schwarz gemacht und vielleicht einen anderen Angriff gegeben. Mehr nicht. Soll die Scheiße. Wobei das Black-Argumon-Bad-Asser aussieht. Ja, Kamehameha. Bis jetzt mache ich ja nur noch Kigemann-Let's Plays. Deswegen heißt es keiner ja auch Galant Ramon. Werde vielleicht mal meine Geschichte erzählen von meinem Galant Ramon. Wird vielleicht auch ein, zwei Bilder zeigen. Ja. Muss ich mal gucken. Vielleicht als Abonnenten-Special. Weiß ich noch nicht. Vielleicht erzähle ich es doch einfach mal so. Auf jeden Fall habe ich mir ein selbst ausgedachtes Digimon gemacht, das Galant Ramon heißt. So viel wisst ihr dann auch schon mal. Alter. Ja. Ach du meine Frisse, komm. Ja, hier. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Muss das sein. Ja. Nein, lass das. Was soll die Kacke? Lass mich doch anleben. Was habe ich dir getan, Mann? Schau dich doch noch auf Spaß. Das ist doch nicht so gemein. Wow, da war jetzt gerade schwarze Planeten. Ja, ja, genau. Schwarze Planeten-Kraft. Ist schon klar. Bam. Bam. Also nachdem ich alles, was ich an Digimon machen wollte, gemacht habe, werde ich euch und natürlich auch von anderen Spielen Let's Plays zeigen oder von anderen Charakteren, wie zum Beispiel Sonic. Und, und, und. Ähm, ja. Bam. Da, 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 da. In your face. Hey, 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 hey. Ja. Mal gucken, mit was ich anfange, dann. Ich werde auf jeden Fall einmal meine Digimon in Digimon Masters Online zeigen. Viel werde ich da nicht machen. Vielleicht ab und zu werde ich euch mal einen Zwischenstand zeigen. So von Digimon, die ich habe. Oh, weh, man. Hallo. Magst du mich? Ich mach dich weg. Bam. Kommst du, da gehst du schon. Ja, dann geh halt weg. Mach ich auch jeden Tag. Knob. Und hopp. Kamehameha. Kamehameha. Apropos Kamehameha. Ich kann ja auch mal ein Dragon Ball Spiel machen. Aua. Nochmal für die Quote. Aua. Okay, jetzt kämpfen wir lieber. Bam. Äh. Äh. Nur Mehmon. Alter, er haut einfach eiskalt das Nur Mehmon weg. Bam. Nein. Alter. Er haut wieder einfach das Nur Mehmon weg. Ohne Skrupel. Einfach weggehauen. Ja, aber hier nach kommt erstmal Digimon. Battle Spirit 2. Das ich auch einigermaßen kann. Ey. Geh weg. Ja. 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 Nein, gehen wir erst den Weg. Bam! Und noch eine. Bam! Für die zweite. Nein. Bam, 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 bam. Ah! So. Okay, bis jetzt sind hier noch nicht viele Videos vorhanden. Aber das wird sich mit der... Im Laufe der Zeit... Mit der... Genauso und nicht anders. Genau, ich werde vielleicht mal den Dragon Block 7-Mod machen. Also ein... Ein Dragon Ball Mod bei Minecraft. Bei Minecraft. Nicht bei Sonic Generations, sondern bei Minecraft. Mein Gott, habe ich viele Sachen im Kopf gerade. Wow. Ey, ich wollte gerade einsammeln. Dann halt nicht. 27 zu 0. Noob. Bli, 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 bli. Ah, come on. Where's the skill, man? Dup, 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 dup. Wie? Ich darf mal kämpfen. Alter. Krass. Juck. Übertreib mal nicht. Ich darf mal gegen Gilmon kämpfen. Und er frisst bloß sein Baguette, ey. Hä? Was ist denn jetzt los? Was hast du gemacht? Wow. Was war das? Wow. Tilma. Tilma. Bam, 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 bam. Bam. Frisst du deine Baguettes, wenn ich dich hier abschlachte? Äh, hallo? Umgedreht soll es gehen. Nicht du mich, ich dich. Wäre das ein Kompromiss? Alter. Komm mal her. Einmal drehen und aufs Maul geben. Sie stagern. Sich ist ja gar nicht schlecht. Außer gegen Impmon. Das ist wirklich. Bam, 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 bam. Immer das Gleiche. Und dann noch eine Blackwall, Grämon. Ja. Wow. Alter. Ist klar. Ist klar, dass ich mit einem Sprint ihn töten kann. Bam. Habe ich ihn auch getroffen? Nein. Du Feigling. Okay, ich mache auch das Gleiche. Also ich halte mal lieber meinen Mund. Bam. Bam. Bam, 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 bam. Nom. Ah, come on me. Nein. Alter. Ah. Ich treffe ihn aber dagegen. Ich spuck dich an. Ich komme mit Feuer. Ah. Papa Breath. Ha. Ich könnte echt Synchronsprecher von Agumon in der Digimon Battle 2 sein. Papa Breath. Agumon. Win. Ja gut, also. So. Zuckermann. Du Scheißhaufen. Okay. Tschüss. Zuckermann. Hallo, Impfmann. Ich save lieber. Wer weiß, was das hier krasse Sachen drauf hat. Ey, jetzt hat er, jetzt hat er, jetzt hat er die Dings in schwulen Pink verwandelt. Ich dachte, ich könnte gegen Eis, aber, äh, ah, äh, äh, hallo, hallo, was war das denn gerade? War aber nicht nett. Oh, cool. Äh, ja, gut. Kamehameha. Jetzt habe ich einen mehr. Ey, ey. Äh, ja, nee. Hallo? Äh, hallo? Hallo? Man muss wirklich genau da drin stehen in der Attacke. Äh, danke. Ich komme an und werde direkt gegriffen und weggehauen irgendwie. Hä, what the fuck, what have I do? Norm, alter. Willst du mich gerade essen? Äh, alter. Hä, Moment, essen? Ich will das doch die ganze Zeit essen. Ja! Blah, schwarze Planetenkraft. Blah. Schwarze Planetenkraft. Schwarze Planetenkraft. Schwarze Planetenkraft. Schwarze Planetenkraft in your face. Der, 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 der. Ja. Terra Force. Ne, Papa Breath. Bam, 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 bam. Aua. Aua, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, 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 brenne. Nööööö. Was, du willst Elektro machen? Was, du willst Elektro machen? Ich ess dich weg. Ah. Ah. Ja, ich hab' es angesteckt. Geht das jetzt schon endlich lang? Wie geil ist das denn? Ja, gut. Jetzt bin ich echt gespannt, wer gewonnen hat. Ich. Zum Glück. Ja, heul doch. Renamon. Renamon. Ist Renamon männlich oder weiblich? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in deinem Gesicht. Gekidama. Oh, das war nur der Renamon. Nom, 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 nom. Ich nom dich weg. Bam, 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 in die Ecke mobben. Und essen. Nom. Nom, 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 nom. Weckern. Nom, 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 nom. Wow, wow, wow. Pem, pem, pw, päp, päp, päp. Wow. Ich will nicht essen. Nom, 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 nom. Om, nom, nom. Ich hab Hunger auf Redamon. Pum, 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 pum Hallo Sieht hoch Oh, Alter, schil mal Alter, wie geil ist das denn? Er macht einfach so Bam Jawohl Kamehame, Genki-Dama Genki-Dama Kaluman hat ein Son Goku 2 erschaffen Weißt du, mach einfach Digi-Modify so, fuck off So, fuck off Er schlickt uns zwar, aber nö, er ist bei Digi-Modify Und bam, aua So Und bam Alter Hä, stand schon auf Null, oder nicht? Egal Oh, 28 zu 1 Oh, scheinst du jetzt? Oh, jetzt kommt Bormund Hallo, Bormund, hallo Hallo Das war echt respektlos von dir Kommst du, oder gehst du schon? Hallo? What the Einfach gehen die Wand klatschen Alter Mob mich nicht Mob mich nicht Okay, komm Nein Verschwindet doch nicht, ihr blöden Punkte Okay, los Und, und, und Ah, ja Okay So, und nochmal Bam, 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 bam Nom, 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 nom Mal gucken, wie lange das dein Schild noch hält Man scheint nicht mehr Wow Alter, war das knapp Ich hol dich da runter Zack Hat er sich ein bisschen übertrieben? Bormund, was machst du jetzt? Ja, schwarz Planetenkraft Bam Komm, eine schaffe ich noch Jawohl Habe ich noch geschafft, dass es ihn trifft Umdrehen Oh Okay Yo, wahrscheinlich Und bam, 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 bam Nom Wow Alter Hast du halt ein paar Punkte, aber Ey Ist das dein Ernst? Machst du das mit Absicht? Ah, man muss wahrscheinlich beide gleichzeitig Stufen zugreifen Ja, muss man Okay Dann kann ich das jetzt auch bewusst machen Äh, Alter Wenn ich finde, dass er blockt Einfach beide gleichzeitig drücken Mal gucken, ob das was bringt Oh 34 Ja Ja Das ist ganz solide Oh mein Gott Millenium Das war's Haven Ich hab keine Bock zu sterben Ne, 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 ne Bla, 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 bla Kennen wir alle schon So Ja, da war das gleiche Bam Bam Hallo Boah, Junge Jawohl Yo, wahrscheinlich Äh, ja, nee Übertreib direkt Mach direkt wieder Er muss direkt wieder Marsfluss übertreiben Alter Äh, du hast gerade einfach meine Plattform kaputt gemacht Das ist dir schon bewusst, oder? Die brauche ich noch, um dich zu besiegen Also Ach so Och Gott Hier, du brauchst dich, um mich zu besiegen Wow Haha In your ass Au Ja, das war sein, so In your ass Hallo Äh, wo bist du? Äh Yo, ist wahrscheinlich umgedreht Äh Kaluman Please Danke Komm doch Geh weg, Wargrey, Mann Du bist kein Gegner für mich Ja Ja Ah Bam Zerstört Mit zwei Planetenkraft Ich war Too strong Okay Feier erstmal Party Feier erstmal Party Hä? Diesmal kam Äh, man nicht Und hat uns angegriffen Was hat das denn zu bedeuten? Hä? Warum hat es uns jetzt nicht angegriffen? Ich verstehe gar nichts mehr Der Fuck Ich hab gar nichts mehr verstanden Herzlichen Glückwunsch Cool Ja, wieso hat es uns jetzt nicht angegriffen? Haben wir es etwa frei? Ne, haben wir nicht Nein, wir sind jetzt mit dem Mit dem durch Mit dem Damit noch nicht Mit dem auch nicht Mit dem sind wir durch Mit dem auch noch nicht Und mit dem Okay Also, das war es halber In diesem Part mit Zukunft Come on Würde ich sagen Das war es Bis zum nächsten Part Wenn es euch gefallen hat Gebt einen Daumen hoch Wenn nicht Gebt einen Daumen runter Bis dann Und ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020